Erst im November 2019 sind Oliver und Amira Pocher stolze Eltern eines kleinen Jungen geworden. Vor kurzem dann die überraschende Nachricht, Amira ist erneut schwanger. Für Ehemann Oli ist es bereits Baby Nummer 5, denn mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden hat der Entertainer bereits drei Kinder. Für seine aktuelle Ehefrau Amira wird es nun das zweite Baby. Jedoch ganz ungeplant. Für sie sind die Baby-News erstmal ein riesen Schock, denn über ihre erste Schwangerschaft verrät die 27-Jährige, ich habe es gehasst, schwanger zu sein, es war eine Katastrophe. Doch jetzt scheint alles besser zu laufen. In ihrem Podcast erzählt sie, bis jetzt läuft die Schwangerschaft viel besser. Sie hat viel besser angefangen als die letzte, weil mir gar nicht übel ist. Ich fühle mich eigentlich fit. Und das zeigt Amira jetzt auch auf Instagram. In hautenger Leggings und bauchfreiem Top macht Amira Übungen auf der Yogamatte. Und tatsächlich, ihr Baby-Bauch ist schon deutlich zu erkennen. Die werdende Mama scheint den anfänglichen Schock überwunden zu haben und macht eine tolle Figur auf der Matte. Mit leichten Handeln trainiert sie ihre Oberarme und mit Übungen im Liegen, Beine und Po. Und wenn Amira so weitermacht, muss sie vor Schwangerschaftspunten nach der Geburt wohl keine Angst haben.